Was ist die Zähne? Alle sind total überrascht. Seit gestern habe ich diese definitive neue Zähne. Da bin ich nach Hause und habe meinen engsten Bekannten und Freunden die Bilder geschickt. Die sagen alle, es ist Wahnsinn, es sieht super aus, ein wirklich tolles Resultat. Alle sind total positiv überrascht. Die haben das auch nicht erwartet. Ich habe nur positive Rückmeldungen. Es sind eigentlich zwei neue Erfahrungen. Das ist in erster Linie die Zahnklinik und das Resultat, die Freundlichkeit der Leute. Aber es ist auch das Land. Man kann es noch ein bisschen mit Ferien verbinden in der restlichen Freizeit. Man hat noch das Meer und es gibt schöne Hotels. Und man kann es sogar ein bisschen mit Urlaub verbinden. Das Ganze. Das Ganze. Vielen Dank.